So, es geht weiter im ersten, also im zweiten Level, äh, richtigen Level, ich glaube ich steuere, ich mache es aber trotzdem wieder hier so und so willkommen zurück zu Star Wars The Force Unleashed. Äh, ja, umkehren, muss ich mich einfach daran gewöhnen, dann sollte das schon gehen. Ja, ich habe im letzten Part schon sehr viel Action gesehen und es geht natürlich weiter. So, ihr müsst ihn enttägeln, das machen wir ganz einfach so, mit Hilfe der Macht. Den auch noch, nein, nicht so, nicht den Boden, du Sepp. Das, man muss hier, man muss hier, äh, nicht einfach nur, zack, bumms, man muss hier schon halten. Aber es geht, aber es geht. Ja, ich könnte sagen, mit ihm rechnen, wäre schneller gegangen, aber nein, ich bin zu blöd für das. Was ist denn hier los? Echt jetzt? Ja, man kann das zurück. Zurückschiessen. Meine, die Granate! Nein, hier wollte ich nicht durch. Geht weg! Geht einmal weg! Tut euch mir gefallen und geht weg. Auch schon gemerkt, ne? So, was haben wir noch? Nicht viel. Ein Abgeweiht. Sehr gut. Ah, Mann. Hallo, ich möchte durch. Danke. Okay. Okay, wenn man fett ist. Nichts gegen Fette, natürlich. So läuft. Das habe ich jetzt selber gebashed. Das hätte ich bereuen, natürlich. Was denkt ihr denn? Hat immer noch Energie. Sehr Hund. Oh, jetzt habe ich hart. Was ist halt so? Ich bin doch immer noch da. Geht doch weg. So. Eklipian Starkiller. Ich habe eine Nachricht vom Flugturm abgefangen. Das Imperium hat eine TIE Fighter Staffel in eurem Sektor beordert. Haltet die Augen offen. Na gut. Autsch. Will ich die packen? Ja, kann ich. Ja, war gut. Ab bis bald. Aufstieg. Deine Verbindung zur Macht ist stärker geworden. Du erhältst 3 verschiedene Rangsphären, die du zur Steigerung deiner Kräfte und Fähigkeiten einsetzen kannst. Kraftsphären verbessern deine Machtfähigkeiten. Kombosphären schauen natürliche Kombos frei. Talentsphären verbessern deine Fähigkeiten. Drücke Sektor, um in den Macht-Upgrade Bildschirm zu gelangen. Okay. Wähle Macht-Upgrades aus dem Menü und drücke X. Macht-Upgrades. Geil! So, was haben wir hier? So. Ja, wissen wir jetzt. Okay. Aufstieg. Drücke X, um die Gemälde Kraft zu verbessern. Mit R und L kannst du den Macht-Kombos-Bildschirm und den Macht-Talente-Bildschirm öffnen. Macht-Schub, Macht-Blitz. Macht-Griff, Macht-Rückstoss, Licht-Schwert-Wurf, Blitzschild. Stärke, Macht-Fokus. Vitalität. Ja, hier gibt es massig, massig, massig. Meine Idee! Ah, wir haben sogar mehr Sätze. Sift-Schein. Hä? Schwert-Wirbel. Vieles haben wir schon. Vieles haben wir schon. Luft-Schlag, Licht-Schwert-Schleuder. Sift-Wurf. Blitzschlag. Hieb. Schwert-Hier. Blitz-Bombe. Sprint-Schlag. Pfählen. Licht-Schwert-Schlag. Luft-Hinterhand. Luft-Angriff. Luft-Stoss. Luft-Schock. Luft-Wurf. Luft-Wurf. Mach mal Luft-Wurf. Info. Pack dein Gegner in der Luft und wirf ihn. Ah, haben wir schon. Deshalb. Okay. Was gibt es noch? Schleuder. Eine geheime Technik, das ist, der mit der kleinen Gegner durch die Luft gewibelt werden. Okay. Kanonen-Kugel. Ah! Mann! Ich will nicht zurück! Ja! Ich denke, es ist immer leer. Ist es ein Sega-Spiel oder was? Nicht, dass ich wüsste. Ah, okay. Das. So, ich mach ihn mal auf Vitalität. Und vielleicht... Was noch? Wachtsfokus. Na klar. Ach, kann ich nicht mehr. Gut, was haben wir jetzt hier? Schwertwirbel. Die Schwertwirbel-Variante gehört zu den schwierigsten Formen der Lichtschwertkampf, und erlaubt sie bei einem Weintingang auf mehrere Treffer zu erzielen. Wär ja nicht schlecht. Aber geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich dachte, dass es nur etwas kostet oder sowas. Ah, gut. Du schwingst dein Schwert, Lichtschwert, bewegst schwer und Schan und stößt deinen Gegner weg. Gut. Klingt gut. Und jetzt hier haben wir, macht Schub, macht Blitz. Diese Kraft liegt noch nicht außerhalb... Okay. Drücke Dreieck, um einen Blitz aus deinen Ficknerspitzen zurückzulassen, äh, bewegt Schan und betäubt ein Opfer für kurze Zeit. Ist mir noch zu blöd. Äh, zu... Ja. Was haben wir sonst? Wir haben nur eines, was wir noch können. Na gut. Da fällt die Auswahl nicht schwer. Drücke und halte. Ja, das wollen wir doch. Gut. Dann geht's weiter im Text. Mir nervt. Es war gewaltig. Verschwindet doch einfach. Du nervst auch. Verschwinde. Ich will mich so einfangen. Nützen tut's ja nix, aber es ist geil. Na, komm. Komm her. Schön hier geblieben. Und jetzt... Verschwinde. Ist schon geil. Ist schon geil. So. Auch. Ne, den Abel nicht gibt. Habe ich nicht packen können. Was haben wir hier so? Nix. Da haben wir... Als Gasse zum Glück keine... Keine Machtenergie. Gut. Mit dem Mana, wie man es auch sagen könnte. So. Hier geht's. Durch. Seid ihr an meiner Seite? Nein. Jetzt seid ihr gar nix mehr. Hä? Haben die mich angegriffen oder was? Verschwinden doch einfach! Ihr meckst schon die Energie? Wie weiter hat das die Seligine? Wir sind ganz am Anfang unserer Macht. Das weckt man auch ganz. Aber macht ja nichts. Ich will gleich was sehen. Togel hier nicht um, Brugeschi? Du auch nicht. Du sowieso nicht. Vollwieser, so mal alle. Baf, baf, baf. Hätte ich jetzt gegen mich gemacht, das war ein Fehler. Auf diese Welt. Und gegen mich müsste ich sowas nicht tun. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Danke der Vkarte. Mach ich auch gern. Der Machtgriff ist ja noch gar nichts. Es ist ja noch viel trainiert. Viel zu wenig Macht, viel zu schwache Macht. Und noch viel finden hier. Selber schuld. Gut, dann geht's weiter. Mann, soll ich spawnen hier? Oder was? Dann halt so. Der Lift war hier. Genau. Genau. Bäm. So, pflegt was in die Luft hier. Ich leide raus. Ein Geschütz. Edelig. Keine Gegner für uns. Neu. Bäm. Und Bäm. Ich sagte Bäm. Danke. Okay. Hey, da hinten ist was. Das sehe ich doch von hier aus. Läuft. Gut. Es geht zurück. Habe ich Angst für euch. Nein. Hättest du nicht tun sollen. Wurschi. Gell? Wurschi. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Und du auch. Habe ich dich eingeladen? Nein. Verschwinde. Ich finde das einfach geil, diese Spielmachalik und dir. Gut. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Sowieso. Vorsichtsstufe. Das war nix. Gut, ich muss hier durch. Heidi. Ho! Äh. Ja. Falscher Knopf. Kann ja mal passieren. Ist ja nicht so schlimm. Checkpoint. Ja, schön für euch. Checkpoint! Komm! Wär schön. Ich würde es begrüssen. Okay. Fertig. Ja, klar. Es gibt viel Schlimmere. Und jetzt. Bam! Ach, dürfte ja ein bisschen praktischer sein. Tschüss. Mach's gut. Ja. Irgendwie erfasst nicht soviel wie ich denke, oder? Aber es liegt an mir, weil ich die Macht noch unterschätze. Äh, überschätze. Uuuh! Voll fies. Voll fies. Du stösst ja nicht die Köpfe aneinander. Du stösst ja nicht die Köpfe aneinander. Ist ja gut jetzt. Das war der Kombo. Schiesst die noch auf mich? Achso, du. Willst du nicht Hallo sagen? Komm her. Küsschen. Und jetzt verschwinde. Heiiiidi. Ho! Haben wir sie. Ach, das ist noch nicht stark in uns. Nein, nein. Überhaupt nicht. Was hat dich gefurzt? Und so hat er gerade so gewedelt. Verzieh dich doch! Mann. Amüsieren. Und so. Sonst klappt das nicht. Mach sehen wie hoch du fliegen kannst. Okay. Ich hab gerade euren Mitstreider gebasht. Wisst ihr das? Bash, bash, bash. Alter. Was ist das? Keine Kompo kommen sie hier dabei. Vorbei. An mir vorbei. Was wollt ihr sagen? Verschwinde doch! Ihr nervt. Ach, wir haben einen streckigen Gegner. Ist was ganz Neues. Aber auch starke Gegner sind keine Gegner für uns. Alter, die nerven. Verschwinde doch mal! Nein, das tust du nicht. Okay. Tut er doch. Jetzt hat ein Schiff. Kappa. Mann, was ist los? Unkappa, oder was? Ich warte jetzt auf dich. Komm schon, komm schon, komm schon! Okay, dann bin ich dann mit Kappa. Wieso auch immer. Hä? So nicht. Na ja. Wenn ich soll, soll es nicht. Ihr nervt. Ist ja immer schuld. Ich räume auf. Ich wurde getroffen! Auch schon gemerkt. Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich nicht gewusst, dass du getroffen wurdest. Mann, hier, geh mir auf die Kicks. Was halt auf altmodische Art sieht jetzt aus. Ja, das stimmt. Hier gibt es nix. Aber hier wieder. Hier sehe ich doch was. Ah, hier geht es weiter. Das heisst das. Okay. Danke. Ich empfange viel Funkverkehr über die Com-Links. Nur ein paar Ebenen über euch. Ihr nährt euch General Cota. Oha. Ach man, alles zerstören. Geh weg da! Ach genau. Hi. Wie. Wie. Geht. Hier draußen noch jemand. Äh. Tschüss. Und tschüss. Du auch. Ach, frech werdend hier, ne? Hier draußen noch jemand. Er hat noch nichts. Er will noch mal. Ein Abschiedskuss von mir. Tschüssi. Und wieder Aufstieg. Läuft. Was haben wir denn? Macht Schu. Macht Blitz. Rückstoss. Alles noch gesperrt hier. Macht Griff. Ah, ich muss. Es geht noch nicht. Na gut. Dann wartet man halt. Aber hier könnte ich... Was ist das? Ach so. Das ist sowas. Schwertwirbel. Pause, Pause, Pause. Okay. Versuchen wir's. Und. Äh. Macht Fokus. Jeder Rang steigt die Geschwindigkeit mit der sich dann die Machtenergie wiederherstellt. Ah, natürlich. Das wäre mal was Gutes. Was haben wir sonst noch? Macht Fokus. Macht Energie. Das wäre normal nicht schlecht. Und Y. Ja. Immer das. Gut. Jut, jut, jut. Geht's weiter. Das könnt ihr behalten. Also. Hat er genützt. Tschüssi. Ist noch einer da? Ja. Luda. Tschüssi. Jeder einzelne wird hier gezählt. Geil. Das sind Roboter. Die tun mir nichts. Dich tue ich nichts. Oh, jetzt habe ich aber Angst. Jetzt habe ich aber Angst. Ich glaube ich muss ein bisschen Abstand halten. Probleme? Nein. Das läuft. Das läuft. Das ist bald. Das ist bald. Und tschüss. Und tschüss. Nicht mal. Ja. Was tut das vorhin? Der mich angesprochen hat. Wirklich? Tschüss. Äh, so nicht mit uns, ne? Allen muss man hier Manieren beibringen, ist ja einfach nicht zu fassen hier. Kein Upgrade, nix. Gut, weiter geht's. Und trotzdem habe ich keine Angst. Bäm, bäm, bäm. Schön automatisches Blocken. Sowas gefällt mir. Gefällt mir. Bis bald. Sag Hi zu den Kollegen. Eine Rache, wir fürchten. Nur, dass ihr es wisst. Es ist ein Grausermessmann nett hier. Wenn es nützen würde. Du nervst! Das wäre aber schuld. Ja, ich glaub's dir. Tschüss. Fies, voll wies, aber... Wir sind eben der Böse. Aber es muss eigentlich immer so bleiben. Ich wäre fertig. Was gibt's noch? Hier kann man nix mehr machen, oder? Doch, natürlich! Und jetzt? Spiel? Spiel? Ähm... Okay. Hat sich das jetzt aufgehauen? Ähm... Okay. Ah ne. Batterien müssen raus. Läuft. Gut. Rätsel gibt's eben auch. Das ist doch schön. Kein Upgrade nix. Habt ihr's bald! Geh draußen spielen, ey! Habt ihr's bald! Geh draußen spielen, ey! Ich hab dir gesagt, du gehst raus und spielen! Hörst! Du! Schlecht! Ich sage spielen, dann geht man auch! Vor allem jetzt auch, wie wir hier überleben, aber... Wir sehen vielen. Und spielen. Willst du mir noch was sagen, Schätzelein? Nein? Tschüss! So... Weiter geht's! Kein Upgrade, nix! Geizhaus! Na gut, ich spiel mit! Ihr habt keine anderen Sorgen, oder? Wer hat sie noch geschossen? Du? Geh spielen! Wow! Von dir rede ich jetzt gar nicht mehr, gell? Hat die jemand gesagt, du sagst, ich stören hier? Du nervst wie eine Sau! Bist ja auch eine, oder? Was hab ich dir gesagt? Überstattung! Schießen in den Rücken! Macht mal nicht! Da ist doch noch was! Na, danke! Jetzt! Jetzt hab ich viel Kraft! Das nützt mir jetzt wirklich viel! Danke, danke, danke! Na gut, weiter geht's! Krass! Wieso? Was ist eben so? Ja, das... Jetzt bist du alleine, ne? Dein Kollege wartet! Auch! Hör auf mit dem Kinderkrab! Mit dem Kinderkrab! Wissen wir mal fliegen! Dann tu's! Und dann wieder nach unten! Ja! Autsch! Hä? Hörst du wohl auch? Ich mag überhaupt nicht was mit der Maske, gell? Das verstehe ich! So... Tja, auch noch was! Ähm, ja! In die Lüfte! In die Lüfte! In die Lüfte! In die... Ah, Mann! Hallo! Weshalb von da her? Gut! Du nervst dich, wieso weißt du das? Weil ich so nett bin, dann... plötzlich kann ich auch fallen! Selber Schuld! Danke, Spiel! Danke! Was? Da lebt noch? Was habe ich gesagt über Spiel? Spiel woanders! Ich weiß auch nicht wie es... Ich wurde auch immer gemobbt in der Kindheit! Ich wurde von meinen Eltern im Stich gelassen! Nein, Spaß! Also nichts... Nicht, dass es Spaß ist, wenn das jemandem passiert... Ich meine, nicht so... Mann! Ich kann das hier nicht irgendwie... Mann! Danke! So... Läuft! Läuft! Okay... Was war das? Das erfahren wir im nächsten Part! Wenn ihr es gefallen habt... Daumen hoch! Abonnieren! Miss Jenny! Tschüss!